Ich hab ganz normal mit dir weitergeredet. Ich leg dir deinen Orserk, lege ich dir hier in die Base. Und ja, wir hätten tatsächlich noch ein weibliches Verledes gebraucht, aber ist ja egal. Verlastende Scheiße. Ich hab irgendwie das Gefühl, mein Team mit Großelektro-Bockungen bestehen mit des Flugvieches Elektro, des Krasse Elektro, des mit dem Granatwerfer Elektro. Ist ja auch geil, also Elektro-Team. Zündler ist auch noch da für Goodmeasure. Goodmeasure. Der EG Zündler, Kremes, das Elektro-Flugviech und das Elektro-Kampfviech. Ja, reicht doch. Ah, nee, aber kriegen wir es nicht. Ja, doch, geht auch noch. Pass. Ah, nee, fuck. Ich leg's dir hier hin. Anstatt du's mir einfach in diese Scheiß-Box, wir haben noch einen Slot frei. Achso, stimmt, da muss ich noch was reinlegen. Kann das Ding eigentlich irgendwas? Kann das reiten oder so? Ja, kannst du auch drauf reiten, ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so schnell. Ist aber, glaube ich, nicht so schnell. Ein Drafi. Wilder Donnerdrache als Perk. Nee, als so ein Geschenk hat das. Kann man mir ein random Geschenk bringen? Oh ja. Ist das so ein Icon? Ist das so eine Geschenkbox? Guck. Warte, ich muss kurz in der Stream gucken. Ja. Yo, wilder Donnerdrache, ja. Hm, interessant. Let me write you. Aber es rendt ja richtig cool. Auf allen vier. Geat. Geat, child. Willst du auch was an der Lux haben? Nee, nee, freu nicht. Ich brauche mir dann später einen richtigen Raketenwerfer. Ja. Ähm. Ja, aber nicht so viele Raketen. Ja, nicht so viele Raketen. So, das nehm ich mal wieder mit. Mein Azudobe. Ist auch jetzt actually einfach. Ähm. Wir müssen noch unsere Beacons tauschen wieder. Ich leg sie wieder hier hin. Schreib mal Knackack. Knackackack. Knackack. Mit Zekka oder Zekka? Beide Zekka. Erste Zekka, zweite KZekka. Boah, schwierig, Alter. Warte kurz. Doppel Zekka? Aber man schreibt's K-N-A-K-R-A-C-K. Ah, also K-Zekka. Okay. Warte mal, also Knack, was man mit Zekka schreibt, schreibst du ohne Zekka und Rak, was du eigentlich ohne Zekka schreibst. Mit Zekka, genau, richtig. Elektro-Knackackack. Genau. Wie hieß dieses Umarmviech von Pokémon, das die Mockett hatte? Raquelo? Nein. Dieses, in so einem Mond, wo die die ganze Zeit umbringen will. Weiß ich nicht. I don't know, sorry. Hast du mir mein, äh, mein P-Kit schon irgendwo hingelegt? Äh, die Box. Das muss noch heilen. Achso, ja, dann heile ich es erst mal. Ja, doch. Kannst du auch droppen und dann. Dann heile ich es in meiner Box. Da liegt es. Lol. Die Kindheit ist kampfundfähig geworden. Äh. Äh, ich nehme es mal raus. So, ist draußen. Hä? Jetzt ist es aber wieder geheilt. Lol. Alle tauschen. Nein, es war doch tot, oder? Ja, aber tauschen. Wieder mit Histe teilen. Warte mal. Das ist, glaube ich, ein Bug, oder? Sag's nicht. Sprich's nicht aus. Ne, nimm mal meine Flampe raus. Ja, warte. Ne, er ist immer noch tot. Warte, ich bin noch mal rum. Nimmst du es noch mal raus? Ne, er ist immer noch tot. Immer noch tot. Mach nochmal. Ja. Ja, hier. Ah, immer noch tot. Ja, okay. Ne, es war einfach ein Bug, weil du siehst ja hier, wenn es hingelegt wird, dass es tot ist. Ja, ja. Bei dem einen Ding, als ich es reingelegt habe, kam das nicht. Ja. Also, das war wahrscheinlich direkt mit dem Reinlegen Bug. Alles klar. Er ist tot, Junge. Hier liegt noch dein Beacon, ne? Nicht vergessen. Oh. Hier. Ist auch tot. Ah, nee, ist nicht tot. Kannst du das Jomantype wieder reinlegen? Ja. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt nochmal da hin. Fang ein Verletes, ein weibliches, bitte. Und dann... Und dann werden wir endlich mal das Winterbiom abchecken, hoffentlich. Zweifels, aber man kann ja träumen. Deshalb ist meine Creme so groß. Es ist ein Shiny. Ah. Ja, können wir noch drei Minuten warten, bis die wieder leben? Das ist okay. Ich bin kampfig. Ja, ist okay. Ich muss gerade hier die Eier nochmal restocken. Das ist doch die Eier. Do it. Mach ich, mach ich. Mittelgroße Übungsfibel. Gibt diese Fibel einen Pal zu lesen, um etwas Erfahrung zu sammeln. Also ein Sonderbombom. Cool. Gibt es irgendwie feste Locations für Teufelsfrüchtebäume? Dann würde ich mal gerne ein bisschen rumlaufen. Guck dir mal, es gibt bestimmt so eine Map. Warte, ich schicke dir eine. Poken, Palworld, Poken. Ist auch cool, du kannst einfach googeln nach Palworld Devil Fruit Locations. Neu. Geil. Ich habe dir was geschickt. Oh, die sehen aber echt cool aus. Hast du? Jo. Ah, ach lol. Das stimmt, das ist doch ganz gut. Ne, eigentlich. Ja. Ich schicke da schnell hin. Hol mir mal ein paar. Mein Team ist einfach komplett gelb. Ist geil. Ich sehe gar nicht mehr, welches welches ist. Oh, nice. Ein Arbeitsvieh. Positive Klang. Was heißt denn imprägniert? Ja, Wasserschaden. Imprägniert. Ui, da ist voll schlau. Ja. Ich sehe den Baum. Ja, okay, okay. Da hängen Teufelsfrüchte. Eine Erdfrucht. Und noch eine Erdfrucht. Du hast das Gefühl, die Erdfrüchte sind am verbreitetsten. Yes. Und eine Finsterfrucht. Albtraubball. Uh. Klingt böse. Was kann denn mein Knackrack? Drachenatemblitzstrahl, Triblitz. Dann kriegt der... Wie viel Damage macht das? Stärke 80. Dann kriegt der Sandtornado, würde ich mal sagen. Natürlich sind die beide männlich. Was? Guck mal. Der hat ausgerüstet Triblitz und Blitzstrahlen. Äh, Blitzstrahlen. 90 und 75. Und der hat im Inventar rumliegen 100 Schaden Keranusos und Blitzschlag 120. Warum bringe ich dem was vorbei, Junge? Ja. Hier, Blitzschlag. Was ist das? Keranus. Einzigartige Fähigkeit von Orsek springt hoch in die Luft, beschwört eine Blitzspeher und schleudert ihn in Richtung des Gegners. What the fuck? Okay. What? Holy shit. Das Ding ist ja ultra krank. Klingt sehr overpowered tatsächlich. Ja, Signature Move. Das ist eigentlich der Signature Move von dem Viech. Kann sonst nichts haben. Krass. Geil. Einfach effektiv Kreuzdonner. Was denn Kreuzdonner habe ich noch nie gehört? Äh, Signature Move von Zekrom. Ah, okay. Kreuzdlamme von Reshiram. Wildes Ding. Wer wird die nächste Double Fruit? Da wie ein Fruit? Ah, die ist sogar eine Nervung im Dorf. Aber ich glaube, das Heilen ist jetzt vorbei, also das muss man später warten. Das wäre jetzt blöd, weil jetzt kann ich ihm keine Erdattacke beibringen. Weil die Erdattacke hätte ich auch gerne behalten. Egal. Die kannst du ja alle behalten. Kannst du ja immer swappen. Ja, richtig. Ja, jetzt habe ich die Erdattacke für mich als Robbe. Perhaps. Ich rede es zumindest gerne ein. Oh ja, übel den Lack gerade. Oh, same. Dann zurück in die Wüste. Yes, sir. Ich habe dir was von der Mutter und Forschung gesehen. Boah, Bine, du lagst gerade auch im Voice ein bisschen. Ist ja der. Ja, Firefox wieder zumachen. Ja, besser ist es. So, testen wir direkt mal die Macht von meinem neuen Vieh. Vernichte sie! Ja, nee, nicht zu mir zurückkommen. Vernichte sie. Hallo? Kann ich das Video sich reiten? Hallo? Verrichtung. Verrichtung. Oh, jetzt schau dir an, schau dir an. Wo bin ich denn? Junge, was? Drachenatem war das gerade, oder? Ja. Wild. Ach, das war von ihm. Das rote, ich dachte, das war ein Feind. Ah, nee, er ist fast tot. Der hält ja nix aus. Das ist der Glass Cannon, glaube ich. Ja. Tue ich halt, äh, Verteidigung leveln bei der Startur. Warte, jetzt macht er sein Buch, glaube ich, gleich. Ah, nee, Moment, das gehe ich nicht. Ist er gestorben? Nee, fast, aber so, den lasse ich erst mal aufladen. So. Bruder. Kollege Turncho. Heu da. Hallo. Zweite ist die Range, glaube ich, nicht von dem Piech. Äh, okay, gehen wir auf die Insel. Äh, what the fuck? Du hast ungenutzte Statuspunkte, Binde, setz die mal ein. Ja, gleich, habe ich gerade erst bekommen. Ach so, okay. Oh. Disrespect, you're so wrong on the face. Eigentlich müsste er dann auch so richtig, ja, dubstep, äh, Dinge ballern. Wie, wie dieser Russian Polka, oder so. Es gibt bestimmt so eine Mod dafür. Dadam, 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 dadadadadam. Hä, 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 hä. Das fühle ich. Sorry. Oh, links drei Beacon bei dir, what the fuck? Ja. Ja, Beacon ist schon echt geil, muss ich schon echt sagen. Sehr schnell, gefällt mir. Ich bin gespannt, wie schnell das Verledes ist. Ich bin gespannt, wie schnell das, äh, Jetviech ist. Oh, ja. Ich schwör's dir, man, das ist halt wirklich einfach ein Jetski. Jetski? Habt ihr gerade schwimmen, oder was? Ja, nein, aber vom Gefühl her ist es wie ein Jetski. Du schallerst einfach nur durch die Gegend. Ja, weil Jetski schwimmt auch. Was? Die ist ein Lailin. Alter, da ist ein Lailin. Oh mein Gott, wir müssen das Lailin fangen. Was ist ein Lailin? Das beste, äh, Viech für, äh, so Pflanzensachen. Wenn du halt so Sachen anbaust. Ja, schön, aber beschreib das Viech, wie sieht's aus? Das ist aber auch ein Verlager. Pflanzenviech. Wo, 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 wo? Da, hier, da gehst du direkt bei mir. Ja, bin dabei. Erst Verledes, dann Lailin. Verledes, Prio. Los, Kinderkrag. Mach deinen Götterangriff. Hast du noch zufällig Gewehrmunition für die Muskete? Ich brauche irgendwie... Warte mal, da ist eine Miliz. Warte mal, da ist eine Miliz. Ja, ich möchte... Bisschen Pullback, bisschen Pullback. Da sind noch, noch Dingsbums. Wo ist das Verledes? Da unten. Okay, lass runterspringen, lass runterspringen. Ins Wasser. Okay, lass nicht runterspringen. Fuck, das war dumm. Oh mein Gott, war das dumm. Fuck. Fuck, ah. So cool. Oh, 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 oh. Holy shit, war das ein Angriff. Da ist ein Incinderdamm. Incinderdamm hinter dir. Getriggert. Getriggert. Scheiße. Scheiße. Nein, nein, nein. Oh. Oh, 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 oh. Oha! Krakrak, tötet ihn! Okay, okay. Oh, ja! Das ist gut, das Chaos! Ich bin dabei, ich bin dabei! Der fickt mich, Krakrak! Ich heb dich auf! Guck mal, äh... Oh, ich sterbe! Ich sterbe! Nein, 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 das ist von meinem Vieh. Ah, okay, Gott sei Dank. Deswegen hab ich ihn vorher zurückgerufen, auch. Aber ich hab seine ultra-krasse Attacke gecancelt. Goi! Der hat den Zünderdarm gefickt! Oh mein Gott, nice! Ja, ist TOOHIT! Jetzt kriegt der was 120 Schaden. Okay, bisschen Pullback, 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 Pullback. Oh, scheiße! Min fällt! Okay, und jetzt, Fokus, äh... Verliert es. Feuer, Bushis! Aua! Oh, wär ich da nicht ausgeglichen, das wär wieder ein Bonshot gewesen. Bushi will mich!